Hallo, Konnichiwa! Hast du dich auch schon gefragt, wie beim Sushi dieses gerollte Ei gemacht wird? Das ist ganz einfach. Es wird in einer solchen Bratpfanne hergestellt, gebraten. Diese habe ich aus Japan bestellt und ist sehr elegant. Sie ist in meinem Shop erhältlich. Dazu gibt es nicht nur das Rezept, sondern auch die Videoanleitung, wie du genau dieses gerollte Omelette machen kannst. Du hast hier in diesem Paket diese Tamagoyaki Bratpfanne und sie wurde in Japan hergestellt. Du wirst natürlich auch eine Bedienungsanleitung erhalten, welche ich für dich mit den wichtigsten Informationen übersetzte. Ich wünsche dir viel Freude mit deiner neuen viereckigen Bratpfanne und freue mich über deine Bestellung. Bis bald! Tschüss! 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 Tschüss!